herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von expanse ich muss mir dringend mal angewöhnen nach den episoden zu speichern muss ich alles noch mal nach seit dem gespräch oder nach den episoden die folgen zu beenden und ich irgendwie so mittendurch muss alles nach dem gespräch mit khan noch mal machen also die ganzen sachen abgeben mit der ganzen crew reden stimmt das hatten wir auch schon beim letzten mal gut genau ich habe die sachen glaube ich noch mal alle gescannt von daher sollte das jetzt passen also ab zum crew weg ich glaube wir schauen mal bei meyer vorbei nach der netten einladung die wir jetzt gekriegt haben wenn ich sleep mit meyer die entire crew will know about it nothing stays secret on a ship like this is one night worth all the drama ja auf jeden fall würde ich sagen definitiv wenn kock sat us down in the mess hall i thought you were dead and today in the airlock i thought we were dead i know i'm just saying you're not allowed to die on me kammina drummer because i'm not losing the one person in the belt i give a shit about und 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 Captain, you're going to want to see this. There's nothing on the map. No record of any settlements. So what the fuck is that? So, very good. Then we can see. So, there we have... Oh. Also, nicht ganz die Hälfte haben den Kristall gefunden. So, sind wir da? Ja. Über die Hälfte, ja fast zwei Drittel haben vertraut. Was zumindest gesagt. Mhm. Auch hier fast über die Hälfte. Knapp über die Hälfte. Ähm. Jetzt hat er sich niemand diese Rett abgegeben. Ja. Okay. Macht ja auch Sinn. Wenn man sie schon hat, dann sollten wir sie auch abgeben. Ähm. Genau, sie aber. Da haben wir halt... Nur ein Drittel gefunden. Hier waren es wieder deutlich mehr. Ja. So. Hm. Und sie haben hier zwei Stück... Äh, zwei Prozent sich entschieden, nicht drüber zu reden. Die Hälfte haben sie nicht gefunden. Okay. Hm. Ja. Meistens haben die Musik gehört. Hm. Ah ja, genau. Und dann war die Möglichkeit auch ihn umzubringen. Oh. Und fast alle haben dann die Nacht mit Maya geschlafen. Okay. Vielleicht haben sie es dann auch ausgenutzt. Gut. Weiter zum nächsten Kapitel. Die Hälfte – in the evolution of humanity. We have been preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. Whoever he was, he's long gone now. Generations ago, millions of Earthers tried to set up mining stations in the Belph. Some of them lasted. Some died off right away. Some of them, no one knows. Still, a station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? None of the scanners penetrate past the first level, but there are no heat signatures, no activity, except this broadcast. Looks clear. Maybe. Maybe. But we don't know if the pirates have found the coordinates another way. Or anyone else. Not to mention, how the fuck are we gonna find it in there? The place is massive. There was a line in the coordinates. Something about... the first ones. What the fuck does that mean? We'll know till we get inside. Arlen, Rayen, stay on the ship. Be ready to burn hard if there's any activity on the radar. Good hunting, boss man. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Good hunting. Good hunting. Das war's für heute. Das war's für heute. Let's search for the command center. Found it. Over here. Hm. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Ich habe nie gesehen, wie viele so alt sind. Es ist verrückt, dass die Leute diese in das Vakuum haben. Hm. Ja, ist wirklich dann relativ alt. Können wir? Wir können. Gut. Das war's für heute. Das heißt, wir sind nicht alleine. So, da wäre Maya. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Umweltsysteme. Ähm, was hast du noch zu erzählen? We still haven't talked about last night. Probably should keep it that way for now. About last night. Ja, Cap. Tell us about last night. Which one of you made all those noises? Sounded like a Goyal Stuckada. Das klingt nach irgendeinem Kult. Gut, wir haben eine Tür offen. Dann lass uns mal los. Oh, hi. Ich glaub, die schauen wir uns mal genauer an. Und vielleicht der letzte, der hier noch überlebt hat. Okay. This group called itself the Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. What happened to them? No clue. Nothing good by the looks of it. Aber hier was mitzunehmen? Scheinbar nicht. Ah, da unten ist aber was. Eine Luftschleuse. Sehr cool. Na, ich glaub, sonst haben wir hier alles. Und wir müssen wahrscheinlich eh wieder zurück. Falls da was fehlen sollte. If Cox was right, we're about to hit the greatest score a scavenger has ever come across. That's what he said. So, what do you plan to do with it? The money, I mean. I'll head back to Ceres. You want to go back to the station where there's a bounty on your head? With this money, I can make the bounty disappear. How? By going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps Balthus. Hm. So, mach ich jetzt mal ein bisschen runter. Okay. Okay. Das hat wohl funktioniert. Oh. Ich glaub, da ist doch was mitzunehmen, oder? Ja. Sehr schön. Cool, cool. Gut. Da kam ich her. Oh. Oh. Felota. Drummer? What happened? Dead bodies. Many of them. I'll head to the power. Then we can investigate it together. Now you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I... Hm. I don't know. I haven't thought about it. Felota. You must have some idea. Want to buy one of those Martian mountain ranges. Set up an estate there. You know, my favorite view of Mars is? When I can cover it up with my son. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me Captain for a change. Ah. This ship has had enough mutinies already. Hm. Ja, das stimmt. Okay. Noch mal was einzusammeln. Und wir schauen mal weiter. Zwei Räume. War ja noch was? Nee, das war glaube ich nur die Tafel. Ja, das kann gut sein. Hier ist nichts an der Decke, außer diesem Bein. Ah. Ja, wie gesagt, wenn das wirklich so ein Kult war. Wer weiß, was die hier dann gelehrt haben. Hm? Hier steht mal nichts dran. Dann geht's mal weiter. Hm. Okay, die Dinger sind wieder zu. Ah, Hallöchen. Hm. Okay. Gut, dann würde ich auch mal sagen, können wir hier die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall hat es Spaß. Ich bleibt beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Tschüss.